Ey, ey, er ist auf der Plattform! Ooooooooooooh! Boah! Oh mein Gott! Herzlich willkommen zu Sniper vs Golf Cards. Die Regeln sind ganz simpel. Es gibt ein Team bestehend aus Snipern und ein Team bestehend aus Golf Cards. Autofahrern. Ihr wisst schon, was ich meine. Das Autoteam muss natürlich versuchen, die Sniper von ihrer Plattform runterzustoßen und die Sniper müssen versuchen, die Autofahrer wegzusnipen. Ja, das ergibt Sinn. Wie immer würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch zwei Sekunden Zeit nehmt, um meinem Video eine Bewertung dazulassen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit Sniper vs Golf Cards. Heyo Leute, die Crime-Axion! Heute gibt es mal wieder einen neuen krassen Spielmodus in Fortnite. Letztes Mal... Bruder, bleib mal auf dem Boden, okay? Du musst ja nicht direkt abheben jetzt hier. Dein letzter Spielmodus kam wieder richtig krass bei euch an. Ich würde mich wieder sehr über 10.000 Likes verhüben. Ola, ey, ey, ey! Digga, was geht denn mit... Oh... Digga, Digga... Digga, du bist raus, Mann! Du bist raus, Junge! Das ist kompliziert. Im Winde raus. Doch, reicht jetzt, Junge! Reicht Junge! Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit dem Auto gegen Sniper. Let's go, komm, wir gehen in die fetter Arena. Los, 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 los! Wir gehen in die Arena. Shake your booty! Shake your booty! Digga, steigt doch mal ein, du Auto, Alter! Oh mein Gott, Leute, wir haben so eine fetter Arena gebaut. Ey, krass, okay, aufzuwaffen, kann man aufzuwaffen, kann man, Jungs. Los, fahr zuwaffen, kann man. Juhu! Okay, nice. Also, meine Freunde, es gibt ja zwei Teams. Ich bin mit DMG in ein Team, also mit dem guten alten Fabi. Wir schnappen uns jetzt hier erstmal alle ein Jagdgewehr. Und warte mal, haben sich überhaupt schon alle vorgestellt? Stellt euch mal hin, Jungs! Ich muss ja erstmal zeigen, wie heute mit dabei ist. So, und zwar, wir haben einmal in meinem Team DMG, a.k.a. Fabi. Was geht's? Wir werden gewinnen, wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen, wir werden gewinnen. Wir werden zuerst ein Sniper sein. Dann ist hier NoSkills, a.k.a. immer noch NoSkills, a.k.a. Konoti. Moin, Leute, was geht? Und wir haben... D-King, der nichts auf die Reihe bekommt. Und wir haben einen D-King. Was? Okay, komm. Ich würde sagen, ihr schnappt euch eure Autos. Jungs, geht in eure Autos rein. Ihr müsst uns auf 10 AP runterschlagen. Ich bin auf 10 AP. Ach ja, ich schlaue mich. Ich schlaue mich. Schlag ihn neunmal. Ich schlaue mich anschließen. Schlag noch neunmal. Damage schießt uns noch ein bisschen an. Noch einmal, noch einmal. Anschließend. Ja, ja. Okay, wir machen uns gerade auf 10 AP runter, damit wir dann direkt tot sind, wenn wir quasi getroffen werden. Oh, Digga, ich habe über 1.000 Sniper-Schuss, Jungs. 1.000? Alter. Du kannst mir ein bisschen abgeben. Wie viel hast du? Ich habe 93 nur. Oh, okay. Warte. Digga, ich habe sogar... Nee, 1.000, glaube ich. Okay. Okay. Alter, okay, Leute. Das Ding, die wissen halt nicht, wo wir sind. Ja, ja, das ist das Krasse. Sie wissen nicht genau, wo wir sind. Wir können auch ausweichen, wenn wir es hier sehen. Und wir dürfen sie quasi quickscopen, hier so snipen. Aber wenn wir halt einmal getroffen werden, ist es bei uns auch vorbei. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Plattform kaputt schießen. Ja, ja, genau, genau. Das ist das Ding. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt den Countdown. Wir werden hier jetzt den Countdown einfügen. Jetzt geht's los. 3, 2, 1, go. Okay, wer wird gewinnen? Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Entweder die Sniper oder die Autofahrer. Oh, mein Gott. Okay, sie kommen an. Sie fahren an. Sie fahren an. Sie fahren an. Oh, okay, 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 okay. Leider nicht getroffen. Nee, King. Ist direkt gestorben. Nee, King. Wer ist das denn gestorben? Ja, das ist einmal nur ein Gegner. Oh, ich kann mit Teemates tauschen, hallo? Nee, jetzt bist du alleine. Ja. Max. Weißt du, was du gemacht hast? Karma, brother. Gut gemacht. Gut gemacht. Jetzt stehst du ja auch alleine, oder was? Oh, Digga. So, warte, warte, wo kann er sein? Okay, okay, warte mal. Oh, Mann, 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 ist ein Riesen, Alter. Alter, Digging, verpiss dich, du bist tot, Junge. Komm doch her, komm doch her, los. Komm her. Nein, ich bin runter. Ja, 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 Mann. Ich will eine Wiederholung, ich will eine Wiederholungsrunde. Was für eine Runde, jetzt müssen wir fahren. Ich will eine Wiederholungsrunde. Nee, gibt's leider nicht. Okay, komm, Leute. Round 2, seid ihr auf Position, Fahrer? Sind die Fahrer hier auf Position? Okay, ich würde sagen, Round 2, start in 3, 2, 1, los geht's, Jungs. Let's go. Let's go, let's go. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Das ist eigentlich knapp. Alter, ich muss aufpassen, man muss aufpassen. Das Problem ist, wenn man so anvisiert und auf einmal sind die bei einem, ne, weil die dann zu einem geboostet werden. Okay. Man denkt halt, ja, die fahren langsam, die am produção auf einmal kommen, die angesprungen, Alter. Oh mein합betrot, Alter. Ey, dieser Spielmotus ist zu nice, Jungs. So, jetzt haben wir Rapid, Miki. Achtung, Achtung, Konoti kommt, Konoti kommt, Konoti kommt. Nice. Ja, gut. Ja, gut gemacht, Konoti. Das war's komplett bei ihm. So, das war's. Wow! Ey, ey, er ist auf der Plattform. Boah, war was ab. Oh mein Gott. Nice, Digga. Ihr habt euch ja mehr oder weniger selbst ausgebremst. So, meine Freunde, jetzt haben einmal die Fahrer gewonnen, weil wir gefehlt haben. Und gerade einmal haben wir gewonnen, weil die Fahrer gefehlt haben. Ich würde sagen, jetzt gibt's noch eine finale Runde. Sniper versus Team Autos. Jetzt sind wir Team Auto. Jetzt sind wir im Auto Team, Digga. Okay, komm, lass auf Position gehen. Seid ihr schon von eurem Leben her ein bisschen lower? Nee, nee, nee. Okay, ihr seid auf Position. Ey, Junge, nicht so frech. Noch nicht schießen. Noch nicht schießen hier. Ey, 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 ey. Okay. Ab ins Auto. Bruder, die machen zu ernst, Alter. Komm, Fabi, wir werden denen jetzt mal eine Lektion erteilen. Auf drei. Eins. Warte, warte. Round three. Runde drei. Start in drei, zwei, eins. Los geht's, Jungs. Okay, komm, 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 komm. Wir müssen erst mal gucken, wo die stehen, ne? Wir müssen erst mal gucken, wo die stehen. Wow! Oh! Alter, du hast ihn direkt erwischt? Ja, direkt bekommen, Alter. Direkt bekommen. Okay, komm, Konutzi gehört mir, Bruder. Konutzi gehört mir. Okay, okay. Ja, Dekin, du bist ja der beste Mate, ne? Dekin, beim ersten Versuch, Alter. Okay, Fabi, bist du bereit? Komm, let's go. Ich bin ready. Wir hauen ihn weg, wir hauen ihn jetzt richtig weg. Wir hauen ihn jetzt richtig weg. Wo ist er, wo ist er, wo steht er? Okay, er ist in der Mitte, er ist irgendwie in der Mitte. Okay, komm! Oh! Alter! Oh! Oh mein Gott! Boah! Liga, das war schon gut knapp. Das war echt sehr knapp. Du weißt schon, dass du auch auf uns schießen darfst, ne? Ja! Wer hier angeschossen kommt, ey. Der hat keine Chance, ey. Der hat jetzt nicht wegholen. Ey, mein Auto hat nur noch 60 Leben. Direkt drauf, direkt drauf, direkt drauf. Sag dir, wo ist er so? Wir sind weiter rechts. Erst ein bisschen weiter rechts. Okay, komm! Oh! Nein! Er hat mein Auto zerschlossen! Oh mein Gott! Bruder, 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 ich muss dir ins Auto. Ja, Mann! Er hat mein Auto in der Luft zerschlossen. Oh! Oh! Was? Alter! Ist noch ein Auto hier? Ich weiß es nicht. Nein, wir haben kein Auto mehr. Okay, Bruder, lass mich mal fahren, lass mich mal fahren. Okay, ich fahr ihn hoch. Ja, ja. Ein Auto gegen einen Schuss. Ich bin die. Hey, pscht! Ganz ruhig. Nehm das, nehm das. Nehm das. Und dann? Gehst du aber... Du bleibst da hinten. Okay, ja, ich versteh dich. Was für nimm das? Was macht ihr da? Gar nichts. Alles cool. Alles klar. Ich merk schon, ey. Ist er bereit? Okay, komm! Komm! Let's go! Let's go! Let's go! Okay, komm! Drei! Drei! Zwei! Ich weiß nicht, ob er gerade nicht mehr links läuft. Ja, da ist er. Nein! Oh, hat nicht funktioniert! Alter! Bruder, lass mich mal fahren, lass mich mal fahren. Geh du hinten drauf. Geh du hinten drauf. Aber dropp mir das. Ja, ja. Ich werde dir jetzt so runter pushen, Bruder. Versuchst du, Alter. Schaffst du wieder. Ja, ey. Ich komm jetzt hier angefahren und fetz dich runter, Junge. Oh! Attacke! Oh! Oh! Alter! Junge! Oh no! Ich hab auch nur noch 5 Flamen. Ich hab auch nur noch 5 Flamen. Ich komm runter. Okay, jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Okay, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt, Jungs. Ich werd den jetzt holen. Ey, bist du gar nicht, wo ich bin? Oh, ich bin natürlich. Du bist tot, du bist tot, Bruder. Du bist raus. Boah, so meine Freunde. Mein Auto hat nur noch 5 Flamen. Ich hab nur noch 5 Leben. Das muss es jetzt sein, Leute. Das muss jetzt sein. Ich will, dass ihr alle mal mit den Likes ausrastet und meinen Kanal abonniert, um dich dazu zu verpassen. Jetzt muss es... Warte, ich muss erst mal kurz spielen. Alter! Das schaffst du, Max. Fabi rast da oben komplett auf. Ich tanz schon. Ich seh den Siegertanz. Oha, was war das? Okay, gut. Max, siehst du meinen Siegertanz hier? Ich seh den Siegertanz. Ich seh den Siegertanz. Ich seh den Siegertanz. Glaubst du tanzt davon? Ich dachte jetzt wirklich nicht fällen, sonst war's das. Jetzt alles oder nix. Alles oder nix, Bruder. Alles oder nix. Komm her, Alter. Ich glaub jetzt nicht weg. Du musst mir einen Headshot geben jetzt, Bruder. Oder jetzt... Einer von uns wird jetzt drauf gehen. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Komm schon. Wow! Oh mein Gott, ich hab ihn getroffen! Alter! Wow! Nice, Mann! Typ! Alter! Wow! Siegertanz! 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 Let's go! Alter! Ey, das ist zu nice. Du musst aber sagen, das hat ziemlich unfair, weil D-King direkt immer gestorben ist. Ne, also... Ja gut, dort ist D-King im Typ. Ey! So meine Freunde, dann würde ich sagen, das soll's von dem Video gewesen sein. Wir haben einfach die... Nein, wen nennt man das? Äh... Wir haben einfach die Auto-Gegen-Styper-Challenge gemacht. Leute, schreibt mir gerne weitere Spielmodus in die Kommentare. Ich feier's einfach immer mega. Kommt richtig gut bei euch an. Deswegen verprügelt den Like von... Abonniert meinen Kanal. Und, ähm... Ja... Jungs... Wollt ihr noch was sagen? War ne... War ne coole Runde. Ja, was waren wir? Ja, Digga. Das war richtig cool! War was? War was? War cool, Digga. Du hast ja nichts gewissen, Alter. Äh! Äh! Ey, Digging, du bist der absolute Ant-Mate, ne? Oh, Mann. Digging, das ist so zurückgekommen. Oh, mein Gott. Das wird Rache geben. Ey, ich will nie wieder mitmachen. Wir müssen irgendeine Rache planen an Digging.